Es ist das Einzige, was ihn interessiert. Er zeichnet und zeichnet. Ununterbrochen sitzt er in seinem Zimmer. Raus hier! Raus! Und auf was stehst du sonst noch? Außer Zeichnen. Stehst du auf so eine Art Frauen? Das sind nur deine Kretzeleien, sonst nichts. Ich finde, du bist so oft im Gedanken. Er will nicht reden. Nicht mit mir. Auch nicht mit mir. Mit niemandem. Er ist sehr wütend. Natürlich ist er wütend. Wären Sie das nicht auch? Wir haben Angst, dass sich was antut. Manchmal kann ich Menschen helfen, die Angst vor dem Sterben haben. Ich habe keine Angst. Ausgezeichnet. Was hast du empfunden? Ich habe gedacht, ich hätte endlich die Kontrolle über etwas. Einmal wenigstens. Habt ihr etwa rumgefragt, ob einer mit mir Vögeln weht? Nein! Nein! Du müsstest aber was hinlettern. Ja! Ich schwöre es dir, in der Sekunde, in der ich 18 bin, bin ich weg. Und was machst du da? Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Hier bin ich mit Sophie immer hergekommen. Wir haben ja zum ersten Mal geküsst. Ich bin noch nie mit einem Mädchen zusammen gewesen. Hast du einen Führerschein? Nein. Noch mehr Fragen? Was muss man denn da machen? Man kann gar nichts machen. Du solltest nur dich darauf einlassen. Geht's dir gut? Mir geht's sehr gut. Ich würde gern sehen, wenn du wütend wirst. Na los, zeig's mir. Don't film.